Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zu den vollständigen Spoilern von One Piece Kapitel 1112. Die Leaker haben ja im Vorfeld behauptet, die dreiwöchige Pause habe sich gelohnt. Das wird auf jeden Fall ein Hammer-Kapitel werden. Das Ganze liegt natürlich wie immer im Auge des Betrachters. Lasst uns also zusammen herausfinden, ob sie damit richtig lagen. Wenn du allerdings nicht gespoilert werden möchtest, solltest du an dieser Stelle am besten abschalten. Wenn du allerdings heiß bist auf One Piece Spoiler und in Sachen One Piece nichts mehr verpassen möchtest, dann lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal für mehr One Piece Content. Kommen wir nun aber zu den vollständigen Spoilern von One Piece Kapitel 1112. Wir beginnen mit dem Titel, der da lautet Harter Aspekt. In der Astrologie ist ein Aspekt ein Winkel, wie die verschiedenen Planeten zueinander angeordnet sind und das hat scheinbar Auswirkungen auf das Horoskop. Ihr habt nichts verstanden, sehr gut, ich nämlich auch nicht. Aber wir wissen natürlich, dass die Namen der Gorosei auf Planeten unseres Sonnensystems basieren. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es sich darauf bezieht. Vielleicht ist die Anordnung der Gorosei gemeint und dass das ein übles Omen für Ruffy ist, auch das kann ich mir noch vorstellen. Dann geht es weiter mit der Cover-Story, Yamatos Reise rund um Wano Kuni. Dieses Mal trifft sie auf Kinemon, der ihr Geld gibt und eine Bitte an sie richtet. Um welche Bitte es sich hier genau handelt, erfahren wir nicht. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie etwas kaufen soll, was in der Blumenhauptstadt nicht zur Verfügung steht. Vielleicht ein Geschenk für Utsuru. Damit steigen wir ein in das eigentliche Kapitel und das beginnt mit einem Bericht der Marine, dass alle verbleibenden Pazifister Mark III auf Eckert Island besiegt worden sind. Und auch wenn er namentlich nicht erwähnt wird, erfahren wir Leser, dass es Ethan Barone Venus Juru der Gorosei gewesen ist, der nun alle Pazifister auf Eckert Island besiegt hat. Er hat sie natürlich nicht zerstört, denn genauso wie in den vergangenen Kapiteln wird er sie wahrscheinlich eingefroren haben, denn sie wollen sie ja in Zukunft noch weiter verwenden. Dann schwenken wir um zur Nordostküste und dort kämpft Frankie gegen Vize-Admiral Red King, also der mit dem Mehrfachkinn und besiegt ihn auch mit einer einfachen Strong-Right-Attacke. Bonnie verwandelt Vize-Admiral Pomsky, das war der mit dem Hammer, der wie eine Muschel geformt ist und höchstwahrscheinlich der Otterfrucht, in ein kleines Kind und tritt ihn weg. Der letzte Vize-Admiral, Guillotine, ist so geschockt, wie grausam Bonnie ist. Es soll eine sehr, sehr lustige Szene sein, aber ich finde es jetzt schon lustig, wenn ich es alleine nur lese. Dann schlechte Nachrichten für alle Zorro- und Jinbei-Fans, die beiden Charaktere haben in diesem Kapitel leider keinen Auftritt. Dann gehen wir in die Laborphase und zwar zu York, die sich inzwischen wohl beruhigt hat und Markus Maas nun in den Raum bringt, wo die Übertragung von Vegapunk begonnen hat. Markus Maas zögert keinen Moment und zerstört diesen Raum in einem Augenblick mit einem Strahl. Ich weiß nicht, ob es sich hierbei um einen Radical Beam oder halt diesen Laser handelt, den wir ja auch bei den Pazifisten öfters gesehen haben oder seine eigenen Fähigkeiten. Aber die Übertragung von Vegapunk endet an dieser Stelle nicht. York erklärt uns jetzt, wie die ganze Übertragung funktioniert. Und zwar, Vegapunk hat eine neue Version der Teleschnecken entwickelt. Und zwar eine Verteiler-Teleschnecke. Und die ist irgendwo auf Eckert Island versteckt. Naja, nicht irgendwo, wahrscheinlich irgendwo in der Laborphase. Höchstwahrscheinlich in den Punk Records. Aber jetzt geht es erst einmal darum, diese Verteiler-Teleschnecke zu finden. Da Markus Maas keine Zeit hat, nach dieser Verteiler-Teleschnecke zu suchen, denn die Übertragung muss sofort gestoppt werden, plant er das ganze Labor zu zerstören. Wird aber aufgehalten von York und jetzt bekommen wir eine sehr, sehr wichtige Erklärung. Etwas, was ich mich sowieso schon die ganze Zeit gefragt habe. Sie sagt nämlich, wenn er das ganze Labor zerstört, dann würde er auch die Ebene mit der Waffenentwicklung zerstören und das Kraftwerk. Und dieses Kraftwerk ist wahrscheinlich wichtig für die Herstellung der Mother Flame. Damit haben wir nämlich die Antwort, dass sich dieses Kraftwerk für die Mother Flame die ganze Zeit in der Laborphase befand und immer noch intakt ist. Aber warum York ihn genau aufgehalten hat, liegt daran, wenn diese Ebene und das Kraftwerk zerstört werden, mitsamt dem ganzen Labor, dann wäre diese Zerstörung so groß, dass eben auch die Punk Records zerstört werden könnten. Während York und Markus Maas sich unterhalten, bemerkt Markus Maas, höchstwahrscheinlich mit seinem Observations-Haki, eine kleine Stimme aus den Punk Records kommen. Deswegen vermutet er, dass sich diese neue Teleschnecke dort oben befindet und fliegt nach oben. Dann machen wir einen Cut zu Stassi und Kaku. Kaku ist wieder bei Bewusstsein und unterhält sich mit Stassi und fragt sie, ob die Strohhutbande sie zurückgelassen hat, obwohl sie eigentlich ja die Cypher-Poder Ege Zero verraten hat. Stassi sagt aber, dass sie sich dazu entschieden hat, hier zurückzubleiben, denn sie hat noch einen Job zu erledigen. Und zwar wird sie die Barriere runterfahren, damit die Strohhutbande entkommen kann. Diese Stelle gefällt mir nicht so gut, weil das nämlich bedeutet, dass wir vielleicht Abschied von Stassi nehmen müssen. Auf der anderen Seite hatte sie ja in ihrer Verwandlung diese Fledermausflügel, vielleicht kann sie ja noch davonfliegen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass sie schwer verletzt wurde von Rob Lucci. Also ich mache mir da schon Sorgen um Stassi, ich würde ungern jetzt schon von ihr Abschied nehmen, sondern ich hätte gerne ein bisschen mehr von diesem Charakter gesehen. Deswegen drücken wir die Daumen, dass sie das Ganze irgendwie doch noch überlebt. Dann gehen wir zur Namis-Gruppe und Usopp ist mittlerweile auch auf der 1000 Sunny und hat den Kude Burst vorbereitet. Aber ohne den Vega Force 1, der ja zerstört wurde von Kizaru, kann die Sunny nicht weit genug aufs Meer hinausfliegen. Edison sagt, sie sollen ihm vertrauen, er habe schon einen Plan und jetzt möchte er aus der Barriere hinausfliegen. Wie soll das funktionieren? Nimmt er dadurch keinen Schaden? Er kalkuliert den Schaden und meint, dass der externe Schaden an seinem Körper 78% beträgt. Also er würde es überleben, er würde nicht sterben, deswegen fliegt er jetzt durch die Barriere. Als nächstes kommen wir zu Ruffys Gruppe und unser Kapitän ist natürlich auf der Flucht mit den beiden Riesen. Werden jetzt aber etwas aufgehalten von Chepard Jupiter. Der Gorosei mischt sich nämlich jetzt wieder in den Kampf ein, ist immer noch in seiner Sandwurmform. Scheinbar hat er sich jetzt auch wieder komplett regeneriert. Er öffnet sein riesiges Maul und saugt ganz viel Luft ein. Und dieser Luftdruck, der dabei entsteht, ist so stark, dass Boogie und Boogie sich nicht weiter vorwärts bewegen können. Ganz im Gegenteil, sie werden wieder zurückgesaugt. Und Ruffy scheint hier auch wieder ein sehr, sehr lustiges Gesicht zu machen, hat dann aber eine glänzende Idee. Er sagt erst einmal, verdammt seist du, wenn du so hungrig bist, dann solltest du ein Gebäude fressen. Und Ruffy kickt jetzt wohl eines dieser rumliegenden Gebäude nach oben und wirft es in das Maul von Chepard Jupiter. Damit ist natürlich erst einmal dieses Einsaugen erledigt, aber Ruffy hat jetzt alle Energie verbraucht und verwandelt sich jetzt wieder in diesen alten Mann, den wir ja schon öfters gesehen haben. Deswegen gibt Boogie ihm jetzt eines von Elbafs Spezial-Notfallgerichten namens Harkal. Harkal ist übrigens ein Nationalgericht aus Island und es besteht größtenteils aus fermentiertem Haifleisch. Ruffy findet Harkal absolut nicht lecker, aber er verwandelt sich sofort zurück in seine normale Form, nicht in die Gear 5 Nika-Form. Da Chepard Jupiter erst einmal mit dem Gebäude abgelenkt ist, nimmt jetzt Topman Vercury die Jagd auf, denn die Flucht geht natürlich weiter. Ruffy setzt jetzt eine Attacke ein, die er damals schon gegen Kaido eingesetzt hat, die Gomu Gomu no Red Rock. Aber er trifft den Kopf von Vercury und der ist so hart, dass er sich dabei selbst verletzt. Dann gehen wir nochmal kurz in die Laborphase und wir sehen, dass J. Garcia Saturn die Wolken hinaufgeklettert ist. Und wir sehen, dass die Beine von Saturn den Ort erreichen, wo sich Namys Gruppe befindet. Es könnte also brandgefährlich werden für die Strohhüte, die dort sind. Dann machen wir wieder einen Cut zur Nordostküste, zu Bonys Gruppe. Scheinbar sind die Vize-Admirele jetzt alle besiegt oder geflohen, aber eine der Riesen wird gerade niedergestreckt. Und plötzlich taucht Venus Juru dort auf und es soll ziemlich gruselig aussehen, wie er sich verwandelt hat. Also es wird ein absolut krasses Panel werden, wird hier zumindest versprochen. Und er steht jetzt genau vor dem Schiff der Riesen. Das heißt, die Flucht dort wird jetzt erst einmal ebenfalls von einem Gorosei blockiert. Und so langsam macht das mit dem harten Aspekt und dem Titel irgendwo Sinn. Ja, die Planeten richten sich jetzt hier mehr oder weniger einzeln auf auf Eckert Island. Und jeder hat so seine Aufgabe und das erschwert natürlich die Flucht der Strohhutbande. Bonnie wundert sich natürlich. Sie hat scheinbar diesen Gorosei noch nie gesehen und fragt, wer er ist. Aber darauf gibt es erstmal keine Antwort, sondern wir machen einen Cut zu den Punk Records. Und scheinbar befinden wir uns jetzt das erste Mal in den Punk Records. Und ich habe jetzt natürlich noch keine Bilder gesehen, aber ich hoffe, das sieht mega aus. Und Mars hat sich jetzt wieder verwandelt zurück in seine menschliche Form und geht in die Punk Records hinein, wo gerade die Nachricht von Vegapunk übermittelt wird. Und wir sehen kurz, dass Chaka sagt, dass nur noch eine Minute übrig bleibt. Dann wird die Wahrheit über diese Welt enthüllt. Und Vegapunk meint nur, halt natürlich in dieser Übertragung, er wüsste das. So wie es aber den Anschein hat, muss es ziemlich dunkel sein in den Punk Records. Und in einem dieser dunklen Räume auf dem Boden findet Markus Mars diese Verteilerschnecke. Und er spricht mit sich selbst und meint nur, so, das muss es wohl sein. Dein Glück ist dir wohl ausgegangen, Vegapunk, aber plötzlich hört Markus Mars ein merkwürdiges Geräusch. Wir bekommen auch erklärt, was das für ein Geräusch ist. Es scheinen Blasen oder Flüssigkeit zu sein. Und Markus Mars schaut nach oben und schaut, was das wohl ist mit einem sehr ernst dreinblickendem Gesicht. Gut, wir wissen natürlich nicht, was das ist. Wir können auch nur spekulieren. Die Geräusche von Flüssigkeit oder Blasen machen das Ganze natürlich ein bisschen komplizierter. Es gibt nicht sehr viele Teufelsfrüchte, die in diese Richtung gehen. Karibu kann es natürlich auch nicht sein. Der ist ja irgendwo unten in der Fabrikphase und versucht mit den Blackbeard-Piraten zu verhandeln. Vielleicht ist er schon gar nicht mehr auf Egghead Island. Es könnte natürlich ein Seraphine sein, vielleicht sogar ein Achter-Seraphine. Einige haben ja schon vermutet ein Kaido-Seraphine oder ein Whitebeard-Seraphine. Aber was wäre, wenn es eine der Seraphine ist, die wir bisher nicht auf Egghead Island gesehen haben? Ich könnte natürlich jetzt nicht aus dem Stand heraus sagen, dass die auch wirklich in Egghead Island sind und nicht irgendwo anders auf der Welt verteilt. Mir würde der Crocodile-Seraphin einfallen, weil bei dem stellen wir uns ja noch die Frage, welche Teufelskraft er haben könnte. Denn die Sandfrucht funktioniert ja mit dem grünen Blut nicht. Es kann aber auch natürlich einfach eine andere Verteidigungsanlage sein, die Vegapunk dort eingerichtet hat. Vielleicht hat das ja auch gar nichts mit Verteidigung zu tun, sondern es könnte einfach ein riesiger Bottich sein, wo sich das riesige Gehirn oder die Gehirne von Vegapunk drin befinden. Also quasi der Kern der Punk Records. Aber das würde wahrscheinlich Markus Maas nicht aufhalten, die Übertragung zu stoppen. Das heißt, es muss ja etwas sein, was Markus Maas aufhält, diese Verteiler-Tele-Schnecke zu zerstören. Damit wir zumindest einen Teil der Wahrheit über dieser Welt erfahren, wegen dem Egghead Island-Vorfall. Also ich bin schon auf jeden Fall gespannt, um was es sich dabei handelt. Ist auf jeden Fall der Cliffhanger in diesem Kapitel. Aber eine gute Nachricht habe ich natürlich. Nächste Woche ist keine Pause. Übernächste Woche ist die Golden Week. Da werden wir wohl eine Pause bekommen. Und nächste Woche geht es auch nicht weiter mit der Cover-Story. Sondern wir bekommen einen Color Spread. Eventuell dieses Mal zu Ehren von Akira Toriyama. Denn er war ja auch einer der Hauptgründe, warum Oda sich diese dreiwöchige Pause gegönnt hat. Damit sind wir auf jeden Fall am Ende dieses Kapitels angekommen. Und um die Frage vom Anfang nochmal zu beantworten. Ich finde schon, es war ein ziemlich krasses Kapitel. Ich finde das cool, wie das alles jetzt nochmal umgeschwungen ist. Dass wir jetzt Venus Juru beim Schiff der Riesen haben. Saturn, der gerade die Laborphase erklimmt. Und Markus Maas, der kurz davor ist, diese Übertragung zu stoppen. Und Topman Vercury, der hinter Ruffy her ist, der nicht mehr im Gear 5 ist. Einzig Shepard Jupiter bleibt hinter den Erwartungen zurück. Aber damit kann ich erst einmal leben. Also ich finde, es war ein super Kapitel. Ich bin jetzt gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Kapitel gehalten habt. Und wenn ihr Lust habt, das Kapitel mit mir zusammenzulesen. Dann werft doch mal am Sonntag um 17 Uhr einen Blick auf meinen Twitch-Kanal. Dort lese ich wie immer das Kapitel mit euch zusammen auf der offiziellen Seite Manga Plus. Mit der deutschen Übersetzung und dem Nachhinein nehme ich für euch die Review auf. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und abonniert meinen Kanal für mehr Spoiler-Videos und natürlich viel mehr One Piece Content. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für ihr Einschalten und Zuhören. Ich hoffe, ihr habt noch eine angenehme und tolle Zeit. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und sage Ade.